Ich mag nur Duelists und ich will viele Kills haben, denn Kills machen ist alles was zählt, wer anderes sagt, ist ein Noob. Doch kauf mir keine Vandal, nein, denn die ist viel zu teuer und Phantom ist für Loser. Shotguns sind nicht gut, die sind nur für die Leute, die gerne am Campen sind und das würde ich niemals machen, denn ich bin ein Pro, schau dir nur meinen Gang an, der ist jetzt nämlich Bronze 2, manchmal Bronze 3. Ich spiel Jack auf Split und ich spar am Anfang ja, denn ich weiß, ich muss viel Geld ansparen, weil ich will, möglichst schnell, alle Gegner slappern, denn das ist der Ob 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 Ey, keiner smoke hier, operator style, ey, keiner smoke hier, doch da kommt der Omen und macht mir alles kaputt, denn er smoke in der Mitte und ich kann gar nichts mehr sehen, er rennt durch seine Smoke und er versucht mich schnell zu killen, doch ich hab noch eine Sheriff, Odin sind für Noobs, mit denen muss man doch noch nicht mal richtig zielen können, Marshals sind auch nicht das einzig wahre, denn nur Headshot-Skill und mit einer Operator hat man nicht dieses Problem, könnt ihr das verstehen? Ich spiel sicher, kein Healer, keine Sage und keine Sky, denn ich brauche den Rückenwind um schnell zu fliehen, wenn ich spiel, mit der einzig wahren Waffe im Spiel Sitzung von einem Gerät steht mit einem Schmire,하면 wir fliehen durch ihn, aber auch einfach Der erste Sitzkrieg ist, wenn ich mich zum Schmire aufereiten ziehen muss, wird es ein Schmire, als ich spiel, mit der Stahl in der Infosgire zu wo auch nicht machen, man muss tatsächlich alles gut funktionieren, aber ich würde mich verstehen, essen muss man die Steine dazu, ich würde mich nicht ohne dasselbe, wer also durch die Schmire zu spiel, mit der Zähne zu lernen, Ey, keiner smoked hier, hopp, 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 hopp. Oh mein nein, deine Smokes nerven mich, und deine Paranoia-Blende find ich auch nicht cool. Oh mein nein, deine Smokes nerven mich, und mit Schatten-Schrift kannst du mir viel zu leicht, denn doch es hilft dir nichts, Operator-Style. Ey, keiner smoked hier, hopp, 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 Operator-Style. Ey, keiner smoked hier, hopp, 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 Operator-Style. Das ist vielleicht das Schlimmste, was ich beim Leben gemacht hab.